Das ist größer als dies hier. Oh, ich hätte dich wohl hingeschrieben. Ich weiß. Sie schneidet. Zwölf, wenn du beides zusammen bist. Oh, 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 oh. Die Flügel setzt sich schon hoch an. Das ist wie so, wie das aussieht. Wie so ein Stierkampf hier. Nicht Stierkampf. So ein Odeo. Aber unbedingt dieses Monster-Stück da haben. Und das ist ja ein hartes Stück. Fällt halt um. So lässt sich aussehen. Was ist hier nicht lieb? Ich habe ein Glück. Jetzt kniet sich auch hoch. Oh, guck mal, was hier schon für ein Stückchen da Interessen hat. Ja. Das Strohkabel. Das müsste aus dem Fuß unten rauskommen. Ja. Ja. Jetzt ist sie bockig. Ach du, jetzt geht's gleich. So. Jetzt fällt sie mit dem Stück da runter. So. 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 Ist aber komisch. Dass die sich nicht koordinieren können, zusammen dieses Stückchen wegzuführen. Machen sie nicht. Die sind wahrscheinlich alles Einzelkämpfer. Diese. Hm. So. Die sind Kinder. Da schneidet sich ein Stückchen raus. Jetzt hat's so was. Aber das ist aber ganz wenig. Nein, nein, nein. Das ist ja noch ganz schön ein Stück. Oh, das ist ganz schön schwer. Okay. Warte. So. Vielen Dank.